So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Starzeit, meine Lieben. Ja, es ist wieder soweit, es ist Sonntag und da schauen wir natürlich auch immer mal in die Karten rein. Was geht denn da so ab zum Wochenstart? Was sind denn da für Energien da? Was können wir nutzen, damit der Wochenstart auch schön wird? Weil wir ja alle wissen, der Montag, der hat es dann immer so ein bisschen in sich. Da ist es ja umso schöner mal zu gucken, welche Energien sind denn so da? Und da schauen wir natürlich mal allgemein rein. Was gibt es da zu sehen? Wir schauen nochmal bei der Liebe vorbei. Dann schauen wir natürlich, was ist ganz besonders richtig und wichtig für dich zum Wochenstart? Und dann gucken wir natürlich und bitten noch einmal um eine Botschaft aus der geistigen Welt für den Wochenstart. Und am Ende natürlich eine Karte aus dem schönen Eulen-Glückseligkeits-Orakel-Karten-Deck. Na, was sagt dann das Orakel? Oh, ich habe gar kein Licht. Moment einmal. So, Orakel-Karten-Deckate. Ich bin gespannt und wir wollen mal schauen. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen nicht so auf der Höhe. Keine Ahnung, was da ist. Aber ich ziehe es durch, meine Lieben. Wir schauen uns das ja auf jeden Fall jetzt an. Wir brauchen natürlich auch noch ein Bild. Kein Bild, kein Ton, hier waren wir schon. Schauen wir mal. Ah, okay. Alles krumm und schief. Wunderbar. So wollen wir das natürlich nicht haben. So wollen wir das haben. Okay. Also, meine Deko ist auch schön. Nicht, dass mein kleiner Monk verrückt spielt. Ihr wisst ja, ich mag es immer alles schön geordnet. Ja, genau, wie das Essen auf dem Teller. So, und dann schauen wir jetzt mal rein, was wir da so schönes sehen. Also, natürlich für die allgemeine Energie nehme ich mal das Kartendeck, was ist da, das mein Antlitz ziert. Schauen wir mal, welche allgemeinen Energien haben wir denn da so zum Wochenstart. Es sind gleich zwei Karten gefallen. Okay, zum einen, die Lupe mag ich eigentlich ganz gern, die Karte. Da geht es natürlich darum, mal wo genauer hinzusehen, etwas genauer anzuschauen oder jemanden genauer anzuschauen. Vielleicht ist da ja jemand in deinem Umfeld, wo du sagst, ja, da gucke ich schon gerne mal hin. Vielleicht tut sich da ja auch was in die richtige Richtung, zwischenmenschlich. Oder vielleicht bin ich jetzt auch schon ein Stück weit in der Liebe gelandet. Die zweite Karte, die wir da haben, ist das Pferd, der Reiter, sorry. Und der Reiter ist natürlich so eine Karte für gute Nachrichten. Gute Nachrichten, positiver Aufbruch, positiver Ausgang, also schöne Energien. Wenn es darum geht, allgemein am Montag mal bei Dingen genauer hinzusehen, wo du sagst, oh, das fühlt sich gut an, das tut mir gut, da möchte ich mehr davon oder da möchte ich mich mehr damit beschäftigen. Das scheint gut zu sein für uns am Wochenstart. Aber wir schauen mal noch eine Karte an. Gucken wir mal, was da kommt. Die will auch. Und da ist auch jetzt das Labyrinth noch dazu gefallen. Okay, das Labyrinth. Möglicherweise befindest du dich ja aktuell in einer Situation, in der du dich ein bisschen im Kreis drehst. Na, da willst du nicht wirklich vorwärts gehen. Das ist aber etwas, wo du dich gerne damit beschäftigst, wo du sagst, okay, da möchte ich mich hingeben, dieser Sache. Da möchte ich dranbleiben. Der Weg zum Ziel ist ja nicht immer eine gerade Linie. Eigentlich nie. Von daher, ja, kommt man vielleicht am Wochenstart aus einem gewissen Denkkarussell oder einer Ausweglosigkeit raus, indem man sich das Thema nochmal genauer anschaut und vielleicht auch nochmal kurz Abstand nehmen, nochmal drauf schauen, soll ja immer helfen, dass es hier dann gute Nachrichten in Bezug auf ein Thema gibt, an dem du gerade dran bist, das dich gerade so beschäftigt. Kann auch die Liebe sein, na. Aber auf die Liebe schauen wir jetzt ganz speziell nochmal mit extra Karten. Und dann gucken wir mal, was wir da kriegen. Da nehmen wir mal das schöne Human Dreams Lenormand. Lenormand. Da ist jetzt der Bär gefallen. Der Bär, das ist eine männliche Energie. Na, das heißt also, es kann ein Mann sein, eine starke männliche Persönlichkeit. Ne, also keine Handlampe, sondern ein Mann, der schon weiß, was er will. Ein Mann, der seinen Weg kennt, der seine Ziele kennt, auch wenn es mal im Kreis geht. Na, also haben wir jetzt hier schon mal die Karte für Kraft und Stärke im Deck liegen. Das ist natürlich etwas Schönes. Wenn es um die Liebe geht, Kraft, Stärke, starke Bindung mit einem Menschen, der dir da wichtig ist vielleicht, na. Und mit dem wirst du einen Segelausflug machen. Herrlich, ne? Nee, wirst du nicht. Das Schiff, da geht es natürlich um Träume, Sehnsüchte und Ziele. Na, also wenn du jemanden in deinem Leben hast, wo du sagst, oh, das ist ein Mensch, der da in mein Leben gekommen ist, der ist irgendwie was Besonderes für mich, da fühle ich mich hingezogen. Da sind meine Gedanken ständig bei dieser Person oder vielleicht ist die Gedanken der Person auch bei dir. Na, da gibt es ein Geben und ein Nehmen. Dann ist zum Wochenende hier die starke Bindung und die Ziele, die man hat. Ja, da wollen wir mal schauen, wo das Schiff jetzt gleich drauf zufährt. Wir wollen ja noch eine Karte haben. Achtung, Achtung, da haben wir jetzt noch hier die Routen. Also da brauchst du, glaube ich, jetzt auch keine Zweifel haben. Die Routen, die stehen ja für den Zweifel. Na, dass man sagt, okay, hm, weiß jetzt nicht so genau, ob das klappt. Ja, vielleicht gibt es da ja auch gewisse Hindernisse. Na, an der Stelle, die man nicht so einfach aus dem Weg räumen kann. Ich nehme die schon wahr, ja, aber grundsätzlich zum Wochenstart nehme ich jetzt hier schon eher wahr. Die starke Bindung zu deinem Wunschpartner, zu deinem Herzensmenschen. Die Reise geht weiter, die Ziele, die Sehnsüchte, die Träume, ja, die Zweifel, die gewissen Hindernisse, die da sind. Dafür ist ja das Schiff gefallen. Das heißt, der bewegt sich schon was, zwar langsam, aber gerade in der Liebe, lass die gesagt sein, ist langsam immer besser als schnell. Na, ich bin da ja auch so. Das heißt, wenn man jemanden kennenlernt, nimmt man sich einfach die Zeit. Das heißt ja auch kennenlernen. Man lernt ja nach und nach einen Menschen kennen, wie der so ist, was der für Macken hat. Spielt er dir anfangs nur etwas vor, dass alles toll ist und dann kommt irgendwann das wahre Gesicht zum Vorschein. Das sind alles so Dinge, die muss man kennenlernen, erfragen, spüren, merken. Von daher denke ich mal, ja, diese Zweifel, schaut mir aus, als wären die schon da, aber die Richtung stimmt auf jeden Fall. Na, gibt ja immer irgendwelche Umstände, die Dinge vielleicht auch mal schwer machen, aber, ja, wo Liebe ist, ist auch ein Weg. Und jetzt schauen wir auch nochmal in die Karten rein. Was ist denn ganz besonders richtig und wichtig für dich am Wochenende? Okay, da ist der Mann gefallen. So, also, wenn du als Frau zusiehst, sieh dich bitte da auch als Frau, weil das ist ja einfach nur auch die Personenkarte. Um dich geht es jetzt hier, dass du vielleicht auch zum Wochenstart mal schaust, was ist denn gut für dich? Was fühlt sich für dich gut an? Was fühlt sich für dich nicht so gut an? Also, dass du davon vielleicht auch Abstand nimmst und sagst, hm, dann lenke ich meinen Fokus vielleicht auf Dinge, die mir gut tun. Also, ich sehe schon an der Personenkarte, es geht um dich, ja, also, du sollst ja auch immer erstmal auf dich schauen. Was ist gut für dich? Was fühlt sich für dich gut an? Und tu um Gottes Willen nichts, wo du dich irgendwie verbiegst dafür oder sowas, ne? Sei einfach du selber und dann kommen auch die Menschen in dein Leben, die du anziehst. So, also, ich meine jetzt nicht kleidungstechnisch anziehst, sondern eine Anziehung da ist. Und es ist auch wichtig für dich zum Wochenstart zu gucken, dass für dich die Dinge rund laufen. Natürlich der Ring, Partner, Partnerschaft, Beziehung, na, aber wir sind ja jetzt da, was ganz besonders wichtig für dich ist, dass du einfach schaust, was fühlt sich für mich gut an? Wo laufen die Dinge rund für mich? Was fühlt sich schön an? Was möchte ich? Was möchte mein Herz haben? Was sagt mir mein Gefühl? Na, nicht so viel denken. Einfach mal schauen, dass für dich die Dinge rund laufen. Dann verschwinden auch hier irgendwie die Zweifel, glaube ich. Also wichtig für dich ist, bei dir zu bleiben. Auch hier zu gucken, wo drehe ich mich vielleicht irgendwo im Kreis. Ne, da gibt es dann auch gute Nachrichten. Ne, weil manchmal denkt man ja auch irgendwie zu viel. Ne, also wir kennen das alle. Sogar ich kenne das, wenn der kleine Egon hier oben am Rad dreht, da muss man immer mal wieder die Tür aufmachen. Muss schauen, hey, hallo, was tust du denn da gerade schon wieder? Kannst du dich mal etwas einkriegen, na? Ja, so Blumen haben wir auch noch. Wie schön. Ja, Selbstwert, Selbstliebe, Selbstbewusstsein. Ne, also dass du schon irgendwo auch schaust, dass du in deiner Selbstliebe, in deinem Selbstwert bist, dass du auf jeden Fall zum Wochenstart Dinge tust, wo du weißt, das fühlt sich für mich gut an, das mache ich jetzt auch einfach. Weil wir haben nur dieses eine Leben, wir leben nur einmal, wir können oder wir sollen auch wirklich immer die Dinge machen, die sich für uns gut anfühlen. Uns nicht verstellen, nicht so viel für die anderen da sein oder nicht so viel denken, was ist denn dann, wenn dies ist und was das ist und denk, 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 sondern einfach Dinge tun, wo ich sage, hey, da habe ich jetzt Lust drauf, mein Herz, mein Gefühl, meine Freude ist da dabei, dann mache ich das einfach auch. Na, okay, sehr schön. Dann wollen wir aber natürlich jetzt nochmal schauen, was ist denn da so die Botschaft aus der geistigen Welt? Da ist jetzt das Kind gefallen. Das Kind, das ist, wie ich es gerade eigentlich auch schon gesagt habe, verspielt sein, kindlich sein, sorglos sein, sich nicht so viele Gedanken machen, in der Leichtigkeit zu sein. Das Kind natürlich auch ein Neubeginn, ne, also vielleicht auch mal ein Neubeginn für dich, wo du sagst, ja, ich schaue jetzt einfach mal drauf, was mir gut tut, ne, also was fühlt sich für mich gut an, was fühlt sich für mich stimmig an, auch vielleicht im Hinblick auf das Labyrinth, dass man da aus dem einen oder anderen Gedankenkarussell mal herauskommt, ne. So, was haben wir noch? Die Sonne, ja, 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 das ist die große Glückskarte im Deck. Das heißt also, großes Glück, Fülle, Wärme, Erfüllung auch natürlich, dass du wirklich, sei mal wieder Kind, du erinnerst dich bestimmt, als Kind hast du alles Mögliche gemacht, hast dich auf alles gefreut, hast du nicht an morgen gedacht oder an gestern, sondern du warst hier und jetzt im heutigen Tag unterwegs und im Hier und Jetzt zu leben ist ja glücklich sein. Wenn du in der Vergangenheit rumwühlst, bist du nicht glücklich, da kannst du sogar Depressionen bekommen. Wenn du in der Zukunft rumwühlst, wirst du auch nicht glücklich, weil da kann man irgendwie auch Ängste entwickeln. Das ist so. Nur wer eben hier und jetzt ist, der, ja, der hat auch sein Glück bei sich. Und wir, wie ja alle wissen, das Glück ist ja etwas, was man selbst irgendwo auch erschaffen kann. Es sei denn, du hast einen lieben Menschen an deiner Seite, dann natürlich auch der. Und der Anker, ja, das ist die Karte für Stabilität. Ja, stabil sein, bei sich sein, sich selbst gegenüber loyal sein. Du musst auch in den Spiegel schauen können, du musst sagen können, ich mache alles so im Leben, dass es sich für mich gut anfühlt, dass es für mich richtig ist. Nur wenn ich mich gut fühle, wenn es mir gut geht, kann ich auch mal gucken, dass es anderen gut geht. Aber vorrangig erst mal immer schauen, geht es mir bei Dingen, die ich tue, gut. Also daher ist die Botschaft aus der geistigen Welt auch sehr schön. Und nun wollen wir natürlich auch eine Karte aus dem Eulen-Glückseligkeits-Orakel-Kartendeck ziehen. Und da ist sie auch schon. Die Eule des Wochenstarts sagt uns, bist du bereit zu empfangen, was dein Leben dir schenken möchte? Und das ist natürlich eine richtig schöne Karte. Ich habe es ja auch gerade gesehen oder gesagt auch, das Leben hat Überraschungen für dich, das Leben hat Geschenke für dich. Wenn du nur verkopft bist und oder dich vielleicht mit deinen Gedanken in Dinge zwängst, die halt einfach jetzt so da sind, wenn du nicht bereit bist zu empfangen, was das Leben dir schenken möchte, ja, dann ist das natürlich auch irgendwo sehr traurig und schade, denn wie wir ja alle wissen, das Leben hat auch immer mal wieder eine schöne Überraschung für dich, ja, einen schönen Moment, einen Menschen, der in dein Leben kommt. Da ist es natürlich auch wichtig, die Geschenke des Lebens, ja, zu empfangen, meine Lieben. Und von daher ist es eine schöne Legung, ein schönes Reading, ein schönes Orakel zum Wochenstart, meine Lieben. Und dann würde ich sagen, ja, let's get it on. Die Woche kann kommen, die Woche kann starten, meine Lieben. Ich wünsche euch allen einen ganz tollen Start. Viel Glück, viel Liebe, viel Gesundheit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Servus!